Die No-Risk-No-Fun-Typen, die sind alle tot. Also fast alle. Die größten Feiglinge haben es geschafft. Die Vorsichtigen sind älter geworden, haben mehr Kinder produziert. Über Jahrtausende hat sich also das Gehen des Vorsichtigen durchgesetzt. Das heißt, gegenüber von mir sitzen die Nachfahren der größten Feiglinge der letzten Jahrtausende. Ihr! Und ich auch. Ich auch. Ja! Feiert euch! Feiert eure Vorfahren! Ja!